und los geht's wisst ihr was mir erst jetzt gerade aufgefallen ist und das lüge ich euch nicht an das ist mir wirklich erst jetzt gerade aufgefallen es gibt viele halb filme es gibt die weißen haie filme die plus sie mit samuel jackson und la qj sharknado natürlich dann gibt es noch two headed shark three headed shark sharktopus dino shark aber wisst ihr was komisch ist es gibt zwar viele filme mit haien aber kaum videospielen mit haien nein wirklich überlegt mal kennt ihr irgendein video spiel da wo haien eine große rolle spielen abgesehen von my shark show jetzt falls ihr welche kennt nennt mir mindestens drei haiespiele abgesehen von my shark show wirklich ich würde zu gern wissen ob es noch weitere spiele gibt höchstwahrscheinlich werden die natürlich blutiger sein weil haie haben meist ein blutiges image ich kann auf jeden fall eins behaupten in diesem spiel habe ich mehr fische gegessen als ich meinem ganzen leben je essen werde falls ihr denkt ich stelle mich blöd an damit das level extra lange dauert nein ich spiele nicht den tollpatsch ich bin wirklich so tollpatschig und damit wäre auch dieses level geschafft na dann jungs und mädels auf zum nächsten level ich muss euch leider was sagen das hier wird leider die letzte ausgabe sein guckt seht ihr level 17 und 18 kann ich nicht seht ihr ich klicke drauf hört 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 genau hin es geht nicht warum ich weiß es nicht also ja das war traurigerweise die letzte ausgabe von my shark show es tut mir leid aber es ist leider so so das war dann die letzte episode von my shark show fürs erste irgendwann in der zukunft werde ich das höchstwahrscheinlich noch mal ein paar mal spielen aber so richtig als serie endet es jetzt danke fürs zusehen und ich freue mich schon auf das nächste spiel was ich richtig spielen werde man sieht sich dass ich weiß Vielen Dank.